Ich habe ein Video gesehen, was meinen Kopf zum Explodieren gebracht hat. Und zwar geht es um dieses hier. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, sah der Ozean noch so aus. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nur Fake sein, oder? Also habe ich mich auf die Suche danach gemacht. Und eine Stunde und elf Euro später sieht mein Wasser jetzt anstatt so, so aus. Und ich habe herausgefunden, dass die Mod noch vieles mehr kann tatsächlich. Schnee sieht cooler aus, Eis geht cooler kaputt, Tiere fallen jetzt witzig um und noch einiges mehr. Aber sagt mir mal, denkt ihr, das ist die Zukunft von Minecraft oder nur eine nette Spielerei?